Fachkräftesicherung für die Zukunft. Unter diesem Motto stand die diesjährige Wirtschaftswoche im Landkreis Teltow-Fleming. An den Standorten Luckenwalde, Ludwigsfelde und Baruth konnten sich Firmen präsentieren und junge Menschen informieren. Bei der Eröffnungsveranstaltung im Luckenwalder Kreishaus ging es besonders um die Pflegeberufe. Wir haben, wie auch in den Jahren zuvor, also es ist jetzt das vierte Jahr, dass wir die Wirtschaftswoche ausrichten, zusammen mit der IHK und der Kreishandwerkerschaft und jetzt auch ein bisschen enger zusammen mit dem Landkreis diese Woche organisiert. Und wir haben da so die Themenschwerpunkte, wie gesagt, gesetzt auf die Ausbildung. Fachkräftesicherung haben uns sozusagen auf das Thema heute Gesundheitswirtschaft spezialisiert. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass wir mit dieser Wirtschaftswoche die Interessen der jungen Leute, natürlich auch dann der Eltern, Schüler, Lehrer und so weiter zusammenbringen, Unternehmer, sodass also hier ein gemeinsames Gespräch entsteht zukünftig, um die Chancen für die jungen Leute zu erweitern. Und vor allen Dingen liegt uns sehr daran, dass also die Ausbildung hier im Landkreis erfolgt. Und natürlich mit dem Hintergrund, dass dann also die jungen Leute auch bei uns im Landkreis Arbeit finden und hier wohnen, bleiben und die Familien und Familien gründen. Es ist einmal eine Möglichkeit, sich auszutauschen. Wir sind ein Flächenkreis, man ist also nicht ständig so nah beieinander. Man hat hier also auch mal die Möglichkeit, über die eigene Region hinaus das Angebot bekannt zu machen, mit anderen eben auch in Kontakt zu treten. Und nicht zuletzt eben auch eine Möglichkeit, dass die Leistungen auch irgendwo gewürdigt werden. Denn wie Sie wissen, ist ja ein Höhepunkt der Wirtschaftswoche auch die Vergabe des Wirtschaftspreises. Und das ist ja ein Prozess, bei dem sich viele Firmen eben bewerben mit ihren innovativen Ansätzen. Und wo man sagt, da kann man auch durchaus mal ein kleines Unternehmen, was aber auf der anderen Seite eben ein Spitzenprodukt anbietet, eben auch über den Landkreis weithin bekannt machen. Die Resonanz der Eröffnungsveranstaltung der Wirtschaftswoche war gut. Viele Jugendliche informierten sich über berufliche Möglichkeiten. Junge Menschen für Pflegeberufe zu sensibilisieren, um Verständnis für alte Menschen zu entwickeln, ist hier ebenfalls ein wichtiger Punkt. Mithilfe dieses Spezialanzuges wurden interessierte Jugendliche einmal hineinversetzt, wie es sich anfühlt, Sicht-, Gehör- und Bewegungstechnisch eingeschränkt zu sein. Naja, es hat sich schwer angefühlt. Also es war wirklich unangenehm. Wenn man sich so vorstellt, dass man so mit 70, also so eine Belastung haben sollte, dann, naja, ich weiß auch nicht, ist nicht gerade schön und auch nicht angenehm. Also es ist schon eine, sag ich nicht Quälerei, aber es ist halt sehr anstrengend im Alltag dann. Also mir ist es schon schwer gefallen, die Knöpfe zuzumachen. Und man kann sich halt jetzt in die Lage reinversetzen, wie sich die Menschen in dem Alter fühlen. Und wäre es denn ein Weg für dich, einen sozialen Beruf zu erlernen? Alterspflege oder wie so? Ähm, ja, also mein Ding ist es nicht so ganz, aber so mal reinschnuppern würde ich, also mal so gucken. Besonders in Pflegeeinrichtungen ist Nachwuchs in den einzelnen Pflegeberufen sehr gefragt. Ja, wir brauchen dringend Nachwuchs. In unserer Einrichtung kann man die Ausbildung zum Altenpfleger, zur Altenpflegerin oder zum Altenpflegehelfer, zur Altenpflegehelferin absolvieren. Und wir bilden zurzeit insgesamt acht Auszubildende aus. Sechs davon in der Altenpflege und zwei in der Altenpflegehilfe. Und wir sind sehr froh darüber, dass wir diese Auszubildenden haben und hoffen auch in Zukunft ausreichend Nachwuchs zu finden. Man kann mit dem Abitur einsteigen, aber es reicht auch eine zehnklassige allgemeinbildende Schule aus. Man muss natürlich Interesse dafür mitbringen und wir empfehlen auch jedem ein Praktikum, ein freiwillig soziales Jahr oder zum Beispiel den Bundesfreiwilligendienst vorher zu absolvieren, um zu wissen, auf was lässt man sich ein. Sich zeitig genug informieren, ist ein bedeutender Aspekt, berufliche Chancen nutzen zu können. Denn jeder junge Mensch, der in der Region bleibt, ist letztlich ein Gewinn für die Gesellschaft. Dass wir uns darum bemühen, die Jugendlichen, die wir hier haben, eben auch hier zu halten, Das zeigen wir, denke ich, in verschiedenen Punkten und dass wir uns diesmal ganz stark eben auf Fachkräftesicherung, Fachkräftegewinnung ausgerichtet haben, ist eben auch nochmal ein Augenmerk zu zeigen, dass Demografie nicht nur negativ betrachtet wird, so nach dem Motto, wir werden hier alle älter und wir bleiben übrig, sondern dass wir eben auch sagen, wir sind ein attraktiver Standort, wir bieten hier Arbeitsplätze, damit können auch wieder Familien sich ansiedeln und man muss einfach auch versuchen, diese ganze Spirale nicht nur so rückwärtsgewandt zu betrachten. Und hier können sich die jungen Leute direkt vor Ort informieren, an den Ständen, können Fragen stellen und haben mit Sicherheit auch Aufträge mitgebracht von ihren Schulen, die dann hier abgearbeitet werden können. Und wir wollen natürlich dann auch diese Verbindung aufrechterhalten und das wird also sozusagen zukünftig über den Landkreis laufen, dass man also hier die Verbindung Schule-Wirtschaft ganz besonders in den Vordergrund stellen wird. Die Wirtschaftswoche ist natürlich nur eine Möglichkeit, wo sich junge Menschen informieren können. Nahezu jedes Unternehmen bietet die Möglichkeit eines Praktikums. Und gewinnen können letztlich beide Unternehmen, die neue Mitarbeiter bekommen und junge Menschen, die den Grundstein für ihre berufliche Zukunft legen. Die Wirtschaftswoche 2012 war von vielen Aktivitäten und Veranstaltungen geprägt. Auf dem Wirtschaftstag in der Gottlieb-Daimler-Oberschule Luthysfelde informierten die Stadtverwaltung und ortsansässige Unternehmen über Möglichkeiten, die der regionale Wachstumskern den jungen Menschen für die Ausbildung bietet. Wir haben ja Luthysfelde heute hier ausgewählt, weil wir hier natürlich einen großen Teil der leistungsfähigsten Unternehmen unseres Landkreises haben. Und deshalb denke ich, sollten wir auf diesem Weg heute Erkenntnisse gewinnen, die uns gemeinsam weiterbringen. Wir investieren hier rund 4,4 Millionen Euro und machen hier aus dieser Schule wirklich auch baulich eine zukunftsfähige Oberschule. Und darauf sind wir stolz, dass wir in der Luthysfelde so viele Mittel auch investieren können in unsere Schulen. Ich begrüße deshalb auch unseren Schulleiter, Herrn Beckendorf, ganz herzlich, weil wir diese Bauarbeiten natürlich mit ihm auch abstimmen. Und Herr Lademann sagte zu Recht, Luthysfelde ist der Wirtschaftsmotor des Landkreises. Das stimmt. Wir haben eine Grote von 12.000 Beschäftigten in unserer Stadt. Das ist gut, aber das ist auch eine besondere Herausforderung, weil wir können den Standort Luthysfelde, den Standort Luthysfelde nur zukunftsfest halten, wenn es uns gelingt, auch die Fachkräfte bereitstellen zu können. Weil Firmen benötigen motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier sagt Becki sehr froh und auch dankbar, dankbar dem Landkreis, dem Wirtschaftsförderungsbeauftragten, unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft, dass die Wirtschaftswoche sich in Luthysfelde speziell auch um das Thema Fachkräftesicherung kümmert. Weil Fachkräftesicherung ist wirklich ein Thema der Zukunft und der Gegenwart. Von Jahr zu Jahr wird dieses Thema konkreter. Es mehren sich die Stimmen und die Meldungen von Firmen, die sagen, es wird immer schwerer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut qualifiziert zu finden, aber auch Auszubilden zu finden. Und Sie alle kennen das Wort demografischer Wandel. Ich sage oft, das Thema, das Wort ist oft sehr ausgelutscht, weil es sehr zu häufig auch verbannt wirkt. Machen wir es mal konkret. Die Altersgruppe der 19- bis 23-Jährigen, die wirkt sich im Osten Deutschlands in den nächsten fünf Jahren nahe zu halbieren. Eine Ausgabe für die Brandenburg und Berlin, da geht es um 30 Prozent zurück in fünf Jahren. Der zeigt doch, welche Herausforderungen wir alle zu meistern haben, wenn wir unseren Standort auch sichern wollen. Die Veranstaltung wurde von einer Vielzahl von Vorträgen begleitet. So unter anderem über die erfolgreiche Entwicklung der Technischen Hochschule Wedau im dualen Studium. Es referierte Professor Dr. Laszlo Umwari. Hallo, ich bin Willi Fetter vom Diakonischen Werk Teltow-Leming. Ich würde gerne mal wissen, haben Sie Zahlen zu den Übernahmequoten der Absolvierenden? Bleiben die in Brandenburg, gehen nach Berlin, ins Ausland, Deutschland, wo auch immer. Und wie viele landen denn direkt danach in Anstellung oder wie bald danach? Und hier bleiben etwa, wie der Berlin-Bandenburg, etwa 55 bis 58 Prozent. Also es ist eine Gap dazwischen nach wie vor. Aber dieses war ja viel größer markt. Es ist also allmählich so, dass der Anteil derjenigen, die einen Job hier in Berlin-Bandenburg finden, wächst. Ganz anders ist beim Dualstudium. Da sind die Beziehungen schon entstanden mit dem Unternehmen und mit dem Studierenden oder mit dem Auszubildenden. Da gibt es kaum Fluktuation in eine andere Region. Insofern, die duale Ausbildung hat auch noch diesen positiven Aspekt, dass man die fertigen Absolventen besser hier bei uns binden kann. Zu den Akteuren des Wirtschaftstages gehörten unter anderem die Ludwigsfelder Unternehmen, ZAL, ESL, Fiegel Logistik und die Produktionsschule Teltow-Fleming. Zukünftige Tüftler und Erfinder kamen auf ihre Kosten. Vielen Dank. Vielen Dank.